Diese Katzen, die da mitsingt, das ist das Allerschlimmste. Musik im Blut. Hoi Rio zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims mit Miri und Baluwi. Hallo. Wie will ich übrigens Baluwi? Nein, ich. So Miri, ich glaube, da dein Tag gleich wieder richtig schön wird, darfst du jetzt schnell duschen und dann dir eine Reste nehmen. Was ist so für Reste nehmen? Ja, aber Reste nehmen, dann müsst ihr ja jetzt erst essen. Kannst du dich nicht ein Lunchpaket machen? Ja, kannst du nicht. Erdnuss-Butter-Gilet-Sandwich, das klingt gut. Das ist das Richtige für Miri. Und was macht Baluwi gerade? Hä, was macht Baluwi? Lernt man irgendwas auf dem Handy zu tippen? Ich finde, wir sollten Baluwi zur Adoption freigeben. Widerlich sein hat er schon gemacht, das muss er nicht noch extra machen. Oh Mann, tiefe Bindung. Geschmacksinformation. Was kann Baluwi denn jetzt hier? Wir haben, darf ich mir ein Instrument kaufen? Okay, ich suche es aber aus. Okay. Was für ein Instrument darf ich haben? Nein, gib einfach mal Instrument ein, wir gucken, was es so gibt. Instrument in Kreativ. Nein, keine Ahnung. Also entweder eine Zubiara-Geige, eine Akustik-Glück-Glück. Was gibt es denn auch außer in Kreativ? Da gab es doch noch mehr. In Kinder, aber das zählt nicht. Warum, das kannst du doch auch spielen. Nein, ich bin ein erwachsener Mensch. Warum kannst du keine Kindersachen spielen? Weil ich bin einfach nur noch für Kindergeige. Oh, süß. Da gab es voll die coolen Instrumente. Nur so Standard. Ja, was hast du denn gedacht? Eine Triangel oder was? Ich habe kein Instrument. Noch gibt es. Was kriege ich? Entweder eine Zubiara-Geige, eine Akustik-Gitarre, blim-blim. Eine Sticky-Moose-Akustik-Reise-Gitarre. Ein Keyboard. Nein. Eine Orgelbüttelkrieg, die Orgel. Was ist das daneben? Ein Kühlschrank-Häschen-Blues-Gitarre. Ja, die kaufen wir. Nein. Ein Flügelgroßer Auftritt. Eine Virtuose-Violine für 15.000. Oh. Eine Rock-Legende. Oh, eine Gitarre. Oh, da muss ich erst Musik-Entertainment-Karriere freischalten. Die sind beide verschlossen. Fee. Also, was kriege ich? Was gab es denn da vorne? Orgel? Nein. Weiter vorne, die ersten drei. Also, die Geige, die Gitarre oder die Gitarre? Nimm eine Geige. Okay. Ich finde Gitarren nervig. So, welche Farbe? Oh, blau! Es gibt einfach eine blaue Geige. Geil. Die kannst du, äh... really? Es ist mein Haus. Mal zurück auf mein Zimmer. Fee. Wo soll denn hin? Öffentlich? Dass auch ein Siri damit spielt. Nein. Fee. Na gut. Dann schön wir das hier hin. Noch einen schräg? Oh. Nee, geht nicht schräg. Okay, alles gut. Yay. Cool. Überla. Gesundheit. Juhu, ich kann endlich genauer spielen. Jetzt, jetzt, jetzt geht's. Jetzt geht's erst mal ab. Miri, guten Morgen. Ich hoffe, du bist nicht allzu müde. Miri denkt sich bestimmt, das macht Geräusche wie ich. Das hört sich so schön an, wie das, was ich immer singe. Miri, äh. Miri, kommt gleich mit dem Messer dich besuchen. Miri singt vor allen Dingen. Miri, das war hier das Allerbeste gerade. Miri, das ist kein Katzen. Miri, du hast ein Lunchpaket. Viel Spaß. Nimmst du wohl ein Lunchpaket mit? Ach, das gibt's nicht. Ach, das kann doch jetzt nicht sein. Miri ist vielleicht nicht die Cleverste. Miri wollte nur fliehen vor, äh. Soll ich Miri's bitten? Das ist schon fertig, glaube ich. Miri, halt die Klappe. Du machst es nicht besser. Ja. Diese Katzen, die da mit singen, das ist das Allerschlimmste. Musik im Blut. Musik im Blut. Darüber unterhalten wir uns nochmal später. Ja. Ich glaube, tolle Idee, wie ich meine Gerichte verbessern kann. Ja, Baloui, das war sehr inspirierend. Ich glaube, ich habe gerade eine Migräne bekommen. Wow. Baloui, genug. Genug. Das hast du. Toll gemacht. Applaus, Applaus. Wow. Okay, das reicht. Ich fand das so schön, das muss ich eigentlich nicht nochmal hören. Kann ich eigentlich jetzt mal irgendwas cooles holen, endlich? Hm, nee, nicht mit 720. Mann, das fies. Mach zu. Wieso hat Baloui auch so wenig seiner Träume erfüllt? Mach doch ein Gemälde beenden. Ja, aber ich habe kein Gemälde, ich kann ja nicht Miris Gemälde da... Oh, guck mal. Du kannst Miris Gemälde, ja, wie schön. Du kannst... Du kannst mir... Warum macht denn... Aber ich will nicht das gleiche machen, was du machst, das ist doch doof. Lass mich doch lieber irgendwas cooles machen. Aber das ist doch sein Traum. Er hat nicht so einen Traum zu haben. Nee, er will was mit mir. Er will doch hier, was will denn? Mit dem Leasterpointer spielen. Höre dann wieder Tanzfähigkeit. Ja, duschen ist schon okay. Okay, ähm, ich überlege die ganze Zeit... Ich finde aber auch unsere Wohnung ist noch nicht schön. Sollen wir eigentlich mal ein bisschen was gestalten? Es gibt so viele Gimmicks und so, die man reinpacken kann. Aber wir haben kein Geld. Wir haben 2329, wir haben kein Geld. Dadurch können wir das... Baloui, wolltest du nicht duschen gehen? Oh, warte, wir können sie erstmal verbessern. Baloui, bevor du gut duschen gehst, kannst du nicht verbessern. Wasserstromregulator. Vergrößert die Eingangs- und Ausgangswasserstromregulation, um schneller zu duschen. Oh, cool. Viel Spaß, Baloui. Baloui, improved. Improves the Dusche. Baloui, wenn das Ding dir um die Ohren fliegt, du dabei klatschnass wirst, ne? Oh, das wäre witzig. Ich warte nur drauf, dass ihm dieser Hebel abreißt und platsch vor der Wand. Nicht so fest an dem Ding. Katzenerbe. Unsere Katzenerbe sind genauso doof wie... Der räumt gerade das Regal aus, falls es jemand interessiert. Er nimmt die Sachen, die da stehen und schmeißt sie aus dem Regal. Könntest du ihn bitte dafür schlagen? Weil Lett drüber laufen wollte. Okay, er ist unfähig. Wolltest du die Dusche schon fertig? Ne, gerade mal zur Hälfte. Wir können das vorspulen. Ja. Ich denke, das ist eine gute Idee. Haha, ja. Wie Mickey Maus. Baloui hat die Dusche verbessert. So, jetzt darfst du sie auch gleich benutzen. Oh, dann ja, warte, warte. Stop, stop, stop. Jetzt ist zu spät. Wir können einfach Dusche singen. Baloui ist so verwirrt. Oh no. Oh no. Jetzt hat er alles rausgeräumt aus dem Regal. Ja, haben wir wohl verdient. Oh so, let me. Baloui singst du jetzt mal bitte? Oh no. 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 Das geht aber jetzt echt schnell. Wow. Wieso? Ja, weil wir es ja improved haben. Aber es geht, man merkt, dass es schnell ist? Keine Ahnung. Wie? Baloui, du hast ein neues, ein neues Instrument. Du bist so dumm wie Brot. Du kriegst nicht noch ein neues. So ein bisschen blöd oder so. Du kannst nicht alles gleichzeitig lernen. Er kann nicht zuerst ein Instrument lernen und dann eins kaufen wollen. Ja, kann man die Küche sauber machen. Ja, aber. Ach man, jetzt hat er auch erst noch das Ding da jetzt. Isst doch erst mal dein Essen. So. Danach kannst du sauber machen. Danach kannst du das Essen füllen. So. Und dann kann Baloui. Was? 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 Dafür sind wir noch nicht gut genug. Das hier ist Miris Arbeit. Oh nein, die sehen aus, als würden sie bald schlecht werden. Kuschelkatzenminze. Kuschelkatzenminze macht dein. Oh, oh. Ach so. Oh, da muss Miri sich nachher drum kümmern, wenn sie zurückkommt. Ich glaube, die müssen gegossen. Best ist die hier. Miri muss nachher erst mal sich um ihr Gemüse kümmern. Oh, sie hat erst gegessen auf Arbeit. Immerhin tut sie das, wenn sie arbeiten geht. Ich bin ja sehr beeindruckt. Sie hat heute was sehr ordentliches angezogen, ne? Ja, sie hat ja auch eine Beförderung. Sie ist ja jetzt Oberrats irgendwas. Okay. Ja, aber Louis, das da ist schon wieder total vergammelt. Oh, das war schön viel. Piri kein schöner Sänger, als du. Äh, nett sein. Nein, böse Katze. Und dann darfst du mit ihr spielen, ja. Ach so, das ist eine Aufgabe, ne? Richtig, mit Luna aber. Ach so. Mit Luna. Da hinten an der Dusche. Luna bewundert die neue Dusche. Luna trinkt aus der neuen Dusche. Es tut mir leid. Sie können ja ruhig drei, äh, also das ist schon alles okay. Mit Laserpointer spielt. Vielleicht solltest du die blöde Pfütze... Ah, Piri hat gelernt, nicht um Futter zu betteln. Blöde Pfütze aufwischen. Ach, das ist schon okay für mich. Die stört mich nicht. Aber Louis ist high-motivated, ey. Der könnte alles machen. Oh, süß. Das macht Piri in echt auch. Luna! Was will bei Louis denn noch... Das höhere Tanzfähigkeit ist schon übel, ey. Vom Flurspiegel soll er üben. Das geht? Stand da. Lass bei Louis vor einem Flurspiegel üben, zu Musik oder zu Musik... Ja. Also ich kann auch hier zu tanzen üben. Was stand denn da? Sicher, dass das da stand? Und weiter. So heavy. So Musik aus der Stirn. Oder so eine DJ-Performance. Ah, DJ-Performance. Die sind, glaube ich, in der Stadt, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich. Das Problem ist, man kann halt wirklich nur was machen, wenn man freie Tage hat. Und unsere beiden Sims... Ja, sie sollten das gleiche... Vielleicht sollten wir dieses Add-on doch kaufen, wo man eine Praxis eröffnen kann. Dann haben sie da zusammen und können selber entscheiden, wann sie arbeiten. Und dann müssen wir noch mehr einrichten. Wir schaffen es ja noch nicht mal, unsere Wohnung einzurichten. Jemand umarmen. Zählt das auch eine Katze? Zum Arm. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Oh nein, es ist weg. Voll gecheatet. Was soll denn das? Fies. Das war doch was anderes gerade. Und jetzt ist Balu das andere Traum weg. Hä, warum platzt das denn? Oh, lass ihn über Vampire Träume suchen. Ach, okay. Vampir Geheimnis. Äh, Träume suchen. Jaja, aber Balu wird jetzt ein Vampir-Profi. Aber das ist doch Miri schon von uns beiden. Na gut. Hast du schon was empfunden? Hast du schon einen Vampir entdeckt? Vampirgeist, der ist der entdeckt. Aha. Und Schumbo? Ja, viel Spaß. Wo ist Miri? Miri ist nicht gut drauf. Doch, Miri ist gut. Was ist das denn los? Du brauchst Videospiele, weil sie nicht genug Spaß hat. Ach so. Aber Miri ist ja noch gar nicht zu Hause. Wie lange muss sie denn heute arbeiten? Bis um 15 Uhr. Können wir jetzt mal verspulen. Balu ist ja gerade eh am Schrottmahn. Balu informiert sich über Vampire. Ja, Balu ist jetzt cool drauf. Vampire will das auch Videospiele spielen. Guck mal, ich hab morgen sogar frei. Ich könnte, mein Mainstads gerade, kann ich heute Abend richtig fett Party in die Stadt gehen. Wie, du hast morgen frei? Hast du zwei Tage hintereinander frei? Ja, guck. Warte, hier, da. Mo samstags und montags frei. Sonntags und montags. Cool. Mega cool. Miri ist doch auch verdienst du wenig, Alter. Das wird noch, wenn ich erst mal Präsidentin bin. Du musst irgendwas anderes spielen. Balu, ich finde, Balu sollte irgendwo hin. Boah, sieht mir wie edel aus. Ey, guck dir das mal an. Na ja, die Farben könnten mich sehr schön aussehen. Sieht voll scheiße aus, aber okay, wenn du das sagst. Sieht aus wie eine Oma ein bisschen, das stimmt. Oh, Julia. Ach, rüberkommen. Nein. Nein, sowas machen wir nicht. Nicht rüberkommen, das ist voll doof. Na ja, gucken wir uns in der Community an. Es gibt wenigstens Punkte. Ähm. Will man sehen? Comedy. Ja, okay, das reicht jetzt schon. Das ist ja schön. Weltkulturkanal gucken. Kanal. Ne, warte, wie heißt das denn? Äh, Kanal schauen. Wo ist der? Mehr. Weltkulturkanal. Hier, wechsel mal schnell bei Lui. Die nächste Aufgabe erfüllt. Das ist schon relativ fix. Warum zählt das jetzt nicht? Ähm. Hallo, bei Lui. Wow. Das ist Aladin. Ich glaube nicht, dass das Weltkulturkanal ist. Ich glaube auch. Ah, jetzt. Okay. Was ist das? Oder den Boden ablecken? Jemand bedrängen. Nein. Wir bedrängen nicht Miri. Sonst wird das nur wieder schlechter zwischen denen. Nimm einen Passanten draußen. Hier, Brad. Ja, mit dem war, hat er sich doch schon angefangen. Maloui. Das wird Zoe in die Hose gehen. Maloui. Wahrscheinlich wird er geschlagen. Geh mal da draußen jemanden anmachen. Das ist so ein dumme Idee. Maloui, du bist so ein dumme Idee. Das ist vor allem ein Freund dabei. Aber sie ist bauchfrei. Die mag sowas. Warte mal ab. Die kennen wir doch schon. Haben wir die nicht schon gesehen auf dem Flohmarkt? Super. Was? Ich wusste, dass es klappt. Das zählte nicht. Jemanden bedrängen. Das war wahrscheinlich nicht jemanden bedrängen. Okay. Willst du es machen? Walui ist einfach der Multi-Weiber-Held. Warte mal ab. Nur bei mir, Rine. Was ist das? Konversationen oder so? Vielleicht. Charisma, glaube ich, ne? Guck mal, sie ist traurig. Steht oben. Das hat nicht so funktioniert. Balui, wie ich das gedacht habe. Oh, Balui. Oh, schäm dich. Ich muss einfach mal raus. Miri, hast du Lust? Nein. Milch ins Restaurant. Das war so ein Desaster. Also ich bin traumatisiert. Miri könnte ihr Bild verkaufen. Ja, Miri wird jetzt erstmal, genau, Ansammler verkaufen. Bitteschön. Du hast genug gezockt, danke ich auch. Sie hat ja auch ihre Probleme gelöst. Mit jemandem war die Träume gespräch. Miri, Balui? Haben wir dich jetzt für Zweck begassen? Sind das deine Träume? Ach, du Kacke. Wir versuchen mal das so. Balui wollte sich gerade verstecken. Nein. Sowas gibt es gar nicht. Wehe, du interessierst dich nicht mit mir, ich träume. Nein. Was ist los? Balui hat die leidenschaftliche Worte mit mir angehört. Du fühlst dich motiviert ebenfalls zu handeln. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Zweck promotet. Das beschissene Ding ist jetzt nicht auch noch kaputt. Das ist halt nicht realistisch. Wie oft gehen solche Sachen in Wirklichkeit kaputt? Miri, mal ein neues Bild. Mittelschwere. Nein, surrealistisch. Ich mag surrealismus. Und dann? Groß. Okay. Miri, was groß ist. Oh, vielleicht hätten sie es essen lassen sollen. Oh, was ist das? Balui ist immer noch beschämt. Oh, kann ich mich verstecken. Balui, du wirst, du wirst Handwerksmeister. Kriegst eine eigene Werkstatt. Wenn ich Geld hätte, ich würde mir jetzt so viele Kuhle, ich würde mir ein Gamerzimmer bauen. Ja klar, aber wir haben kein Geld. Und die Leute schreiben immer nur, es gibt Cheats. Wir nehmen keine Cheats, wir spielen das ganz normal durch. Heimlich werde ich Cheat benutzen. Oh, Miri hat so viel Geld mit einem Bild gemacht. Ja, ich denke nicht. Balui, Balui, da ist jemand schon am Malen. Eine Katze kratzt gerade irgendwo dran. Ja, hat vor allem eine Katze hingekotzt. Nein, die Katze hat gerade am Stuhl gekratzt. Naja. Jetzt ist es auch zu spät. Kannst du das nicht selber wegwerfen? Ach so. Ja, das hätte ich tun können. Balui sollte in die Stadt gehen, irgendwas cooles machen. Guck mal, was wir Miris Bild an. Sie malt einen Baum. Mit Herzchen. Ja, sie malt einen Baum. Als ich acht war, habe ich etwas ähnliches gemacht. Los, Balui, hol mir den Müll weg und dann darfst du dich selber motivieren, wie du dumm So beschämt wie er ist, kann er nicht in die Stadt gehen. Ja, Balui so, äh, oh nein, das will er nicht mehr. Er will ein Vampirbuch lesen, weil er kein Vampir ist. Oh, das Lunchpaket von Miri. Das war so dumm von Miri. Wie kann man denn, ich dachte, sie tun sich das dann selber ins Inventar, weil sie schlau sind. Ich lasse das Lunchpaket stehen und gehe erarbeiten. Alle Katzen bei Miri. Balui, setzt du dich jetzt zu Miri? Ja. Liest du jetzt ein Vampirbuch oder nicht? Hast du dir auf eine Katze gelegt? Nee, ich glaube, Balui liest irgendein Buch. Aber wir können mal bei Miri in die Karrierepunkte gucken, weil ich glaube... Sie muss ja noch diese blöden... Wenn Sims bestimmte Emotionen unterlegen, können sie besondere Gemälde entfertigen. Ah. Das heißt, sie müssen erst besonders verliebt sein oder sowas. Du kannst verkaufen. Ah, war wieder nichts Besonderes, Miri. Miri, Miri. Jetzt ist sie inspiriert. Über Existenz von Vampiren diskutieren. Aber okay. Ich wollte mal gucken, Miri müsste doch jetzt mit 1.900 Punkten sich irgendwas... Oder fängt es erst mit 2.000 an. Ja, sieht so aus. Nachteule. Was ist Nachteule? Wo geht es? Steht nach da. Nachteule, eine lange Fähigkeit, besonders gut bei Nacht. Das ist aber doof. Mentorin. Mentorin, eine Fähigkeit in der Beziehung nach Recht haben, wird die Interaktion unterrichten freigeschaltet. Ja, nee. Frühaufsteherin, nee. Blitzleserin, kannst du schneller lernen. Vielleicht warten wir noch. Alle einmalig angefordene Dienste sind kostenlos. Kreative Visionären. Erschaffen mit größterer Wahrscheinlichkeit Meisterwerke der Malerei mit der Schriftstellerei. Das ist doch schon mal cool, oder? Unabhängige Sims, Sing... Ach, nee, das ist sozial. Ah, nee. Unternehmerische Sims werden bei Kerri mit... Wir sind schon bei zweieinhalb. Ja, okay. Gute Küsserin. Ah. Wir müssen aber jetzt über Vampire reden. Ja, Solsham. Siglona. Ja, Unami. Ja. Ja. Miri kriegen wir bei dir irgendwie irgendwie viele Punkte zusammen. Im Museum? Es gibt Museum. Miri möchte ins Museum. Wie cool ist das denn? Sollen wir mal hingehen? Ja. Okay. Äh, reißen. Man muss es nicht. Reißen. Die Frage ist nur, alleine oder Baloui? Nee, Baloui bleibt zu Hause, der kann irgendeinen Scheiß machen. Äh, Baloui interessiert sich auch überhaupt gar nicht dafür. Unten, der Haken. Das ist so cool. Tschüss. Miri, aber tschüss. Tschüss, ich bin dann erst weg. Ah, das Museum überhaupt noch auf. Wo ist überhaupt das Museum? Das ständische Museum. Das ist ja einfach. Ich dachte das vielleicht, aber das Essen drüber. Aber ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, was wir in dem Museum erleben werden, dann müsst ihr morgen wieder kommen. Da gibt es die nächste Folge. Danke fürs Zugucken. Lasst doch eine Bewertung da, das würde mich unterstützen. Und bis dahin macht's gut. Und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss. 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 Tschüss.